Hallo zusammen, heute habe ich euch etwas wirklich ausgesprochen Tolles mitgebracht, die Aloe Biozellulose Mask von Forever. Bei der Aloe Biozellulose Mask handelt es sich um eine sogenannte Tuchmaske oder auch Sheetmaske genannt, die zu den neuesten Beauty-Trends zählt. Forevers fortschrittlichste Maske versorgt dich mit nachhaltiger Feuchtigkeit, die wirklich ganz tief in die Haut eindringt. Sie ist schnell und einfach aufgetragen und das Beste ist, du musst sie auch nicht wieder abspülen. Das wäre ja auch schade. Die Aloe Biozellulose Mask basiert auf neuartigen Technologien und versorgt dich durch ein reichhaltiges Serum und die besonderen Maskenfasern gleich zweifach. Durch ein für forever entwickeltes, einzigartiges Verfahren wird Acetobacter xylinum, das Bakterium, das Biozellulose bildet, mit unserer handgeernteten Forever Aloe und Seegras genährt. Diese beiden Inhaltsstoffe verschmelzen mit der Maske, um die Haut zu erfrischen und geschmeidig zu machen. Natürlich findest du mittlerweile sehr viele Tuchmasken auf dem Markt, aber unsere Aloe Biozellulose Mask ist etwas ganz Besonderes und ich möchte dir gerne erklären, warum. Die Maskenfasern der Aloe Biozellulose Mask sind tausendmal feiner als menschliches Haar, wodurch sie sich perfekt an deine Gesichtskonturen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Masken gelangen ihre Inhaltsstoffe dadurch ganz tief in die Haut und erreichen so auch feine Linien und feinste Fältchen. Die Aloe Biozellulose Mask ist mit einem reichhaltigen und hydratisiertem Serum durchdrängt, das mit natürlichen Inhaltsstoffen angereichert ist. Die enthaltene Rosskastanie hilft dabei, fahle Haut strahlen zu lassen und, ganz wichtig, das Erscheinungsbild von Rötungen zu reduzieren. Die Verbindung aus grüner Teeextrakt und Antioxidantien bekämpft Altersanzeichnen und freie Radikale. Die Schlüsselkomponente des Serums Glycerin versorgt die Haut mit Feuchtigkeit bis in die Tiefe. Abgerundet wird die Formel natürlich mit unserer Forever Aloe. Vielleicht ist es dir aufgefallen, die Biozellulose Mask versorgt dich gleich zweifach mit Aloe Vera. Zum einen über die biozellulose Fasern der Tuchmaske und zum anderen über das Serum. Das ist absolut einzigartig. Aber noch nicht alles. Die Aloe Biozellulose Mask ist für jeden Hautzustand geeignet, auch für sensible Haut und sie ist biologisch abbaubar. Das heißt, du kannst sie nach der Verwendung einfach in deinem Garten entsorgen und versorgst so den Boden sogar noch mit Nährstoffen. Das klingt richtig super, oder? Ich habe die Maske natürlich schon ausprobiert und gebe dir gerne etwas Hilfestellung für die Anwendung. Idealerweise sollte deine Haut natürlich vorher mit deinem Lieblingsreinigungsprodukt von Forever gereinigt sein. Zuallererst öffnest du den Beutel und faltest die Maske auseinander. Dir wird gleich auffallen, dass die Maske nur so vor Feuchtigkeit strotzt. Ein kleiner Tipp vorab, die Serumreste im Beutel solltest du unbedingt für beliebige trockene Körperpartien einsetzen und nicht mitsamt dem Beutel entsorgen. Wie du siehst, ist die Maske auf jeder Seite durch eine Netzlage geschützt. Entferne und entsorge zuerst eine Lage und setze die Maske mit dieser Seite auf dein Gesicht auf. Drücke sie vorsichtig an, um einen festen Sitz sicherzustellen. Entferne und entsorge nun die zweite Netzlage. Nach circa 20 Minuten kannst du die Maske abnehmen und entsorgen. Ein Abspülen ist wie gesagt nicht erforderlich. Die Produktrückstände des reichhaltigen Serums kannst du gerne auf Gesicht und Hals einmassieren. Für beste Ergebnisse empfehle ich dir, die Aloe Bio Cellulose Mask mindestens einmal wöchentlich in Kombination mit einer der Forever Gesichtspflegeserien zu verwenden. Vielleicht nimmst du dir einfach einen festen Tag in der Woche vor, so vergisst du es nicht und gönnst dir damit so ein richtig schönes Beauty-Ritual. Denn was gibt es Schöneres, als sich mal ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen. Wie alle unsere Pflegeprodukte haben wir auch die Aloe Bio Cellulose Mask vom Institut Thermantest prüfen lassen und hier das Testurteil sehr gut erhalten. Dies garantiert dir beste Hautverträglichkeit und höchste Qualität. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever.